So, okay. Und da sind wir wieder. Wolf, hast du dir schon ein Auto ausgesucht? Ich glaube nicht, du brauchst kein's mehr, ne? Ne, ich brauch kein's mehr. Ich warte auf das Model Y. Model Y, ja, da warten wir alle drauf. Es ist sehr laut hier. Ich will hier gar nicht so lange so viel drehen. Hier können wir nochmal sehen, wie die Innenausstattungsfarben sind. Weiß, Schwarz, Beige und Stoff. Stoff gibt's aber gar nicht mehr. Und hier nochmal Carbon, helles Holz, Wurzelholz, Klavierlack und Headliner. Dachhimmel, hell, Stoff und dunkeles Alcantara. Okay, wir gucken uns das mal an hier, ne, Wolf? Ja, machen wir. Die Mädels haben natürlich Fun. Die probieren nämlich hier die ganzen Gadgets aus, ne? Ja, ich liebe es. Ich liebe es. Ich bin eigentlich nicht allowed to do the recording of video. Oh. I had a friend who was facetiming his, you know, fiancé, and he got stopped just walking through here. So I don't want you guys to get in trouble with security. I'm gonna ask you to check. Habt ihr mitgekriegt, ne? Hab ich mal laufen lassen. Ich darf da nicht filmen. Ist das nicht ein Schwachsinn? Ich find das so scheiße von Tesla, dass man nicht einfach filmen kann. Gerade wenn man so ein Tesla... Ich bin ja ein Tesla-Fan. Natürlich will ich ja so scheiß Ding nicht fahren. Aber, dass dann einer ankommt, dann wird sie nicht filmen. Diese Privatsphäre. Ich darf auch immer meine Freundin und meine Frau filmen, oder? Oder die Freundin, unsere Freundin, ja. Halt. Ich krieg wieder so ein Hals, ey. So, Nancy macht jetzt eine Probefahrt mit einem blauen Model 3 mit weißer Innenausstattung. Wunderbar. Das sieht gut aus. Das wäre auch so ein bisschen... Also im Moment bin ich ja auch weißmetallig mit weißer Innenausstattung. Aber blau mit weißer Innenausstattung finde ich auch sehr gut. Das ist ein Dual-Motor. Das ist ein Dual-Motor. Ja, das war's. Leider für mich wieder ein bisschen enttäuschend, wenn ich filmen durfte. Aber egal, wir sind ja hier, weil Nancy mal fahren wollte. So, Nancy, how did you like it? I loved it. Yeah? Great acceleration. I got used to the de-acceleration. I got to use the autopilot. Yeah, oh really? Yeah. You like it? I did. The autopilot, that's nice. It is, very nice. Okay, so, if the money was right, we would buy one, right? Sure. Is that too expensive right now, right? A little bit. A little bit, yeah. I think so too. So, I think there will be a market for used cars in the future. And maybe in the future we will find a used one for a good price. Then we will see. Okay, that's was. Vielen Dank. Vielen, dass ihr dabei wart. Leider ein kurzes Video, weil wir wieder nicht so viel filmen durften, aber es kommt noch ein bisschen was. Wir sind ja noch ein paar Wochen hier in Amerika. Jetzt gehen wir alles schön was essen. Habt ihr Hunger? Yeah!